herz willkommen zu einem neuen shop video heute sind glaube ich wieder die rahmen skins zurück und die waren glaube ich schon relativ lange zeit nicht mehr im shop drin ist jetzt allerdings auch nichts besonderes mehr also die sind eben relativ häufig drin heute mal etwas schnellerer shop damit ihr nicht immer ganz lange warten muss geht nur darum dass ihr kurz einmal alles vorgestellt seht also ganz links haben wir den ruby skin von gestern der gestern neu drin war ist ein als das kind kann man sich definitiv kaufen haben gefallen mir das gibt es streifen schlitzer als spitzhacke hatten kürzer und sie doch meist aus dann die himmel streifen für 500 wie box kleider absolut empfehlenswert dann wie gesagt die rahmen skins einmal hier den männlichen skin in mit einem eisernen backpack sieht ganz nice aus das gehen wobei ich hier die weibliche variante der markt mit den schönen flügeln hinten die ziemlich cool aussehen mit den einzelnen federn und hier hat man eben halt auch noch mein contrail gratis dazu dann die eiserne schnabel spitzhacke aus ganz normales hat man sich effekte dachte und wie wir es auch vollkommen in ordnung und dann hier in gefiederten gleiter sieht auch eigentlich ganz nett aus so ein bisschen durchlöchert und dann immer nur den flügeln da drin kann man sich auf jeden verkaufen dann haben wir hier aus dem sonnen soldaten set den sonnenvogel mit zwei verschiedenen stilen mit und ohne maske ohne maske finde ich den allerdings besser dazu gibt es auch noch so ganz schöne flügel sieht ganz cool aus dass gehen die männliche version hat keine weiteren stile ich finde hier passt allerdings das backpack nicht ganz gut dazu sieht aber trotzdem hat sie in ordnung eigentlich aus dazu gibt es ja noch die axtec spitzhacke ist ein internationales spitzhacke kann man sich auf jeden fall kaufen dann gibt es noch als letztes den sonnenaufgang geleitet wie ich finde einen super coolen effekt hat wie hier die einzelnen teile raus fahren sieht cool aus kann man sich definitiv kaufen dann haben wir noch den focus skin ist ganz mit der skin ziemlich schlank wenn man sich dem also anguckt an dem skin wirklich gar nichts dran ist allerdings ganz vorteilhaft zum spielen wenn man nicht als vier dran ist man sieht allein schon auch weil die hände sich einfach an irgendetwas nicht vorhandenen abstützen und da sieht man eben halt den normalen skin wie breiter ist und wie breit man sozusagen da da könnte man sicherlich auch treffen an der stelle aber es wird immer nicht angezeigt das heißt man kann da durchgucken ist ganz nice auf jeden fall dann haben wir den oberpeinlich mode nichts als besonderes schaunin setup auch wieder nichts besonderes sein wie box mode ist immer so eine sache und noch sehr her muss er mal dem überlegen ob man dafür 200 wie box ausgeht ist jemand auch nicht als viel aber die rote verteidigerin mit zwei stilen gefallen auf jeden fall die farben vom skin sehen cool aus kann man sich definitiv kaufen und als jetzt habe ich haben wir noch die heiß und kalt lackierung sieht auch verdammt cool aus für eine nicht animierte lackierung kann man sich kann man das auf jeden fall kaufen weil der effekt immer halt auch super muss aussieht das war es mit dem heutigen shop wie durch das hat euch gefallen und bis zum nächsten shop video ciao